bin ich so schön genug ist der größte spiegel im haus hier ja ja das ist doch mal ein hintergrund für ein schönes kurzes knappes video hier bin ich aufgewachsen hier habe ich weiß gar nicht wie viel also das haus ist jedenfalls genauso alt wie ich praktischerweise und noch praktischerweise erlaubt es mir die kamera so weit weg zu stellen dass mich garantiert keiner wirklich sieht ihr wisst ja schon seit längerer zeit mache ich nur noch videos im 720p oder zumindest wenn ich da vorsitze weil ich mir sage mir ist doch gar nicht nötig was wollte meine visage in full hd und 60 frames pro sekunde sehen oder sowas worum geht es geht um jubende oder youtube innen also schluckaufsprache die schluckaufsprache sollte mir gar nicht in den mund kommen selbst dem zdf das ganz vorne bei schluckaufsprache dabei war ist inzwischen aufgefallen dass das bei den leuten überhaupt nicht gut ankommt und hat auf ende umgeschult also wo vorher von forscher innen die rede war ist jetzt von forschenden die rede auf dem kanal auf dem der von mir aus überaus geschätzte professor harald lesch seine videos macht da ist auch eine mitarbeiterin die war selber auch ganz vorne dabei und hat immer innen 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 gesprochen also schluckaufsprache und irgendwie hat das zdf wind davon gekriegt dass diese innenbewegung von den zuschauern vom deutsche volke könnte man sagen einen gewaltigen gegenwind gekriegt hat die umfragen sprechen so von mehr als zwei drittel sind total gegen diesen quatsch und da habe ich mir gedacht mensch die haben doch jetzt umgestellt auf forschende man sagt nicht mehr forscher haben oder forscherinnen haben sondern forschende und da habe ich mir gedacht wir sind hier in deutschland alles braucht regeln also muss das auch eine regel werden also forschende das klingt dann zwar so also sachlich ist es falsch weil die forschende nicht pausenlos forschende heißt ja die sind jetzt gerade am forschen tun sie ja nicht die schlafen die essen manchmal so urlaub aber von mir aus sei es drum wenn sich die feministen bewegung dann besser fühlt forschende ich hätte übrigens auch nichts dagegen forscherinnen und forscher zu sagen von mir aus also auch nicht forscher und forscherinnen sondern forscherinnen und forscher wäre mir völlig wurscht nur diese vergewaltigung der deutschsprache geht mir dermaßen gegen den strich vor allen dingen weil das so eine so eine modeerscheinung ist in 20 jahren spricht wahrscheinlich kein mensch mehr davon und wenn doch dann lachen sie alle so was habe ich denn noch gehört studierende wir haben also hier in der bremer uni nicht mehr studentinnen und studentinnen oder studentinnen und studenten und schon gar keine studentinnen vor einem zwei meter brocken sonne schulter sagt man ha ein student in mal gucken wer sich das traut also studierende die studieren natürlich auch nicht pausenlos sondern zwischendurch dann habe ich mal so eine liste gemacht so was mir so im fernsehen so über den weg gelaufen ist jagende habe ich inzwischen auch gehört es gibt ja immer mehr mehr jägerinnen oh entschuldigung darf man nicht mehr sagen es gibt immer mehr jagende innen weibliche jagende alles andere wäre politisch unkorrekt ja und das dann fielen natürlich sofort jagende haben beschlossen haben erzählt ja dann spiele ich ja sehr viel der sie in letzter zeit wieder mal viel zu viel so langsam habe ich die schnauze sogar von der sie wieder voll aber momentan geht es noch da gibt es mutanten mutantinnen mutantende wenn das eine regel wird dieses forschende studierende jagende dann muss es auch mutantende heißen das wäre nur logisch aber nee das wollen wir nicht mutanten ist ja schon der oberbegriff ach dann dann sag doch mal das sind mutanten warte mal ab wie die feministen ankommen da ist aber eine frau dabei das muss mutantinnen heißen mutanten und mutantinnen bei der nächsten politischen rede wo dann der genosse vorsitzende die wählerschaft begrüßt liebe kinder und kinderinnen liebe mutanten und mutantinnen liebe mutantende liebe kindernde ja wie ist denn das lieben liebe kinder 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 ist ein oberbegriff der ist sehr geschlechtsfreund neutral kinder kinderinnen kindernde menschen mit kindern die kinder kriegen sind kindernde ich weiß nicht trauernde da macht es plötzlich sinn die trauernden versammeln sich da steht nicht die trauernden und die trauerinnen sondern die trauernden männlich und die trauernden weiblich ist identisch was macht man denn dass das kann das im sinne der feministen sein dass das identisch ist es geht doch nicht ja minister es gibt auch ministerinnen nein gibt es nicht es gibt jetzt ministernde weil das muss ja eine regel werden nach dem duden irgendwann muss es dafür eine regel geben wie das richtig gemacht wird also muss das ministernde heißen wird euch auch langsam schlecht ja mir auch ja ich habe gesagt terra x beziehungsweise die die weltraum abteilung das ja der professor lesch nebst seiner gehilfen ich weiß nicht gerade jetzt nicht wie sie heißt sie wenn sie da mitmachen darf dann heißt dass das ist eine hochgeschätzte wissenschaftlerin die wird wissen was sie sagt leider hat sie diesen innen tick astronautin das ist mir aufgefallen weil astronauten das hat sie sie gesagt astronauten und astronautinnen auf der internationalen raumstation blablabla ja muss das dann nach dieser regel da nicht astronauten da heißen astronauten auf der iss haben das war selbst ihr wahrscheinlich jetzt kommt ein bon mot und zwar aus den radionachrichten im auto gehört da ging es darum in spanien seien noch nicht genug ukrainerinnen angekommen menschenhandel nachschub für die bordelle ich gehe mal davon aus dass er sich versprochen hat und ukrainerinnen sagen wollte oder sie haben ihm verboten schluckaufsprache zu benutzen dass er ukrainerinnen sagt was natürlich total gegen diese genderneutralität verstößt weil dann würde ja das weibliche geschlecht bevorzugt komisch da hat noch keiner was dagegen gehabt das weibliche geschlecht zu bevorzugen oder die türen aufzuhalten oder die rechnung im restaurant zu bezahlen das nimmt man dann so hin als frau wahrscheinlich der gemeint war wahrscheinlich dass einfach in dem eu verteilungsschlüssel an flüchtlingen aus der ukraine noch nicht genug davon in der spanien angekommen sein aus irgendeinem grunde weil die ja noch nicht genug marokkaner haben von gegenüber ja und dann diese regel ukrainernde ja sorry so muss das dann heißen wenn man es konsequent macht muss das ukrainernde heißen weil ukrainer ukrainerinnen ja ukrainer ist der oberbegriff und der ist maskulin was macht man da das hier habe ich ebenfalls im radio gehört arbeitgebende es gibt keine arbeitgeber mehr wie die arbeiter die gewährschaft die zusammenschluss der arbeitgeber bla 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 ja es gibt ja auch weibliche arbeitgeber deswegen muss das jetzt arbeitgebende heißen untotende da wären wir wieder bei daisy ein untoter die untote also muss das nach dieser regel heißen untotende dieses haus wurde von untotenden gestürzt gestört weil wenn man untote sagt das wäre ja nicht nach dieser regel naja auch das hier habe ich original gehört im radio da ging es um den um den streit der windkraft arbeitenden ja ehrlich mitarbeiter der windkraft industrie oben im nord wo schläftsich holstein sind in streik getreten die service leute service kräfte der windkraft mitarbeitenden das haben die so gesagt über den sender da fragt man sich manchmal was die rauchen da oben also hast du einen chef ja hast du scheffin ja scheffelnde man hat keinen chef mehr das geht ich kann es doch nicht sagen chef oder ganz pauschal chefs die chefs der bla 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 nein das müssen scheffelnde sein ich meine hier stimmt es ausnahmsweise weil die scheffeln ja kräftig aber scheffelnde also ich werde das künftig benutzen und wenn mich jemand auslacht deswegen dann weiß er genau warum ich das benutze das ist ganz schwierig menschen menschen menschinnen menschende das geht nicht dass menschen ist schon ein oberbegriff zum glück heißt es nicht menscher oder so der mensch einzelstück die menschen es gibt keine weibliche form von mensch das ist ein problem der mensch die menschen geht nicht die menschen pech gehabt die regel stirbt einen fürchterlichen tod im grunde stirbt die ganze sprache schon einen fürchterlichen tod vorher aber ich dachte ich erwähne es mal ist das ein hund oder eine hündin das sind hundende hundende ich sehe schon den rütter vielleicht schreibe ich ihm per e mail er soll künftig von hundenden reden wahrscheinlich gibt es eine eigene sendung darüber der lacht sich schief probanten was macht man denn mit probanten sind das probende ist doch hier nicht beim theater probanten proben probierende probanten und probantinnen probende beprobte ja die regeln möchte ich sehen mach da mal was draus viel spaß insassen ist doch auch toll da ist ein bus umgekippt irgendwo auf der autobahn es wurde davon gerät so und so viele insassen wurden verletzt insassen und insassinnen insassende einsitzende einsitzende geht aber das könnte missverstanden werden das klingt nach knast mehrere einsitzende wurden verletzt das war aber auch ein bisschen gefängnisbus der umgekippt ist ja eigentümer wer ist denn der eigentümer hiervon das ist eine eigentümerin das soll ich sagen mensch das sind eigentümende so eigentümlich dass das eigentümende sein soll denkt daran das ist eine regel oder wird zumindest irgendwann eine regel werden müssen wir sind hier in deutschland ohne regel geht hier nichts also ihr gehört den eigentümenden an feiernde da ist jetzt wieder gar nichts dran falsch feiernde ein feiernde eine feiernde feiernder feiernde gibt also getrenntes wie nennt sich das sexualpronomen egal also es gibt getrennt männlich weiblich femininum femininum und maskulinum feiernde das ist ja schon das ist ja schon in der regel feiernde nicht feierer und feierin sondern und auch nicht feier in auch nicht firewall das sind feiernde da sind wir sozusagen die deutsche sprache ist den regel fetischisten praktisch schon einen stritt vorausgegangen vorausgeeilt von welchem künstler ist denn das stellen sie künstler aus ja künstler und künstlerinnen da haben wir es wieder künstlernde stellen sie was stellen sie denn aus künstlernde der künstlernde haben all diese werke geschaffen die regel denkt daran das muss ja irgendwann regel werden und dann wird das so so heißen müssen das habe ich auch schon original im fernsehen gehört demonstrierende tausende von demonstranten da sind auch frauen dabei tausend von demonstranten und demonstrantinnen da war das wort wieder nein das müssen tausende von demonstrierenden müssen das sein wahrscheinlich demonstrierende gegen die vergewaltigung der deutschen sprache schätze ich mal anders kann ich mir das nicht erklären so fast sind wir durch so und den habe ich im fernsehen gehört waldbesitzende kein witz habe ich im fernsehen gehört waldbesitzender und waldbesitzerin geht nicht mehr es sind waldbesitzende waldbesitzende das war gerade erst gestern da war wieder das große thema der deutsche wald und wie er vor die hunde geht waldbesitzerin geht wo die hunden geht waldbesitzende waldbesitzende Das ist wie bei den Hunden denn. Also es gibt wohl keine Lösung für Herrchen und Frauchen. Das wird ein Sonderfall bleiben müssen. So, und hier haben wir wieder etwas, wo die deutsche Sprache der Regel voraus war. Das ist auch das letzte Wort, das ich jetzt hier aufgeschrieben habe. Überlebende. Es ging um irgendeine Schiffskatastrophe, die vor Jahren, es war nicht die Estonia, es war irgendein anderes großes Schrift, das abgesoffen ist. Überlebende. Ein Überleber und eine Überleberin. Leber ist irgendwo hier, ne? Also einer ist über der Leber. Überlebende. Überleberin. Überleber und Überleberinnen. Ach, wäre das schön, wenn es da eine Regel für gäbe. Überleber und Überleberin. Überlebende. Ja, es war leider der letzte auf der Liste. Kurz bevor ich hierher losgedüst bin, sind mir noch weitere aufgefallen. Ich brauche immer nur Nachrichten zu hören und irgendwer kommt entweder mit irgendeiner Verbeihornung der Sprache oder er kommt mit irgendeinem Begriff, wo ich sage, Moment, da lässt sich was draus machen. Aber dann konnte ich hier gar nicht mehr mitschreiben, so schnell ging das. Ja, ich schätze mal, der Punkt ist rübergekommen. Es wird ja noch grotesker. Jetzt kommt Onkel Edgar aus den USA zu Besuch. Und jetzt versucht Brigitte Kettenöl, versucht jetzt dem Onkel Edgar klarzumachen, was Gendern ist. Ja, das Dumme ist jetzt im Englischen, gibt es kein Gendern. Im Japanischen gibt es überhaupt keine zwei Geschlechter in der Sprache. Da gibt es kein er oder sie. Da gibt es einfach nur, da gibt es auch kein Durchkonjugieren. Im Arabischen hingegen sind das komplett unterschiedliche Worte. Habibti und Habibi. Habibi ist wendlich, Habibti ist weiblich. Und auch hat man mir erzählt, ich kann leider kein Arabisch, dass das da quer durch die Sprache, man muss es büffeln, es gibt da keine Regeln. Denn all diese Länder, diese Ausländer, sag ich jetzt mal, Auslandende, die das hören, was wir hier in Deutschland veranstalten, die sagen sich, Mann, muss das in Deutschland toll sein? Die haben keine wichtigeren Probleme als das. Donnerwetter, da muss ich hin. Oh, müssen sie ja tatsächlich alle. Hm, naja. Ja, ich glaube, ich habe ausreichend Gift verspritzt über diesen Irrsinn, der sich da abspielt und der von diversen Medien, teilweise Fernsehen, teilweise Printmedien, aber Ausgesuchten, also nicht alle ausgesuchte Medien machen bei dem Quatsch mit. Und dann gucken wir mal, wie lange, bis irgendjemand sagt, sag mal, spinnt ihr völlig? Was zur Hölle schreiben wir denn da? Nach den Scheiß weg! Und dann ist plötzlich alles wieder beim Alten. Es ist ja nicht so, dass alle Journalisten jetzt plötzlich auf den Zug aufspringen, sondern irgendjemand, irgendjemand ganz oben, da, wo weise Menschen sitzen in dieser Rektion, ein weiser Mann, der sagt, wir machen das jetzt so. Wahrscheinlich Frau Klettenkettenöl. Wahrscheinlich eine Frau, wahrscheinlich mit Bindestrichnamen. Die Bezeichnung Strichmädchen ist übrigens nicht nett in diesem Zusammenhang. Der Bindestrichname ist ja auch gerade wieder aktuell, weil jetzt will man den Bindestrichnamen ja auch den Kindern weitergeben können, damit die auch Klettenkettenöl heißen können und nicht nur Kettenöl oder Kletten. Ja, juckt mich das? Nee, da gibt es Wichtiges. Aber mich nervt diese Sprachgeschichte, nervt mich ungeheuerlich. Vor allem, weil man ihr nicht ausweichen kann. Wenn jemand, was weiß ich, grellrote Haare hat oder Hirokesenfrisur oder was weiß ich, da kann ich einfach so machen. Ich kann einfach weggucken und dann stört mich das nicht mehr. Aber gerade der Schluckaufsprache mit den Innenhinten, dann kann man nicht ausweichen. Ich kann nicht sagen, ich höre jetzt nicht hin. Das geht nicht. Jedes Mal, ne, paf, haut einem einer so einen rein, mit einem noch einen Innenhinten und paf, noch einen Innenhinten. Man kann nicht sagen, ich gehe einen Schritt zurück und dass das Thema durchgeht nicht. Man kann dem nicht ausweichen. Ja, es ist nun mal so, ne? Die Verrücktheiten der Sprache. Die Verrücktheiten der Jugendsprache will ich jetzt gar nicht aufgreifen, weil wenn ich das jetzt höre, dass von kleinen Katzen überall nur noch von Kitten die Gerede ist, warum sagt man nicht einfach Kätzchen? Nein, es müssen Kitten sein. Ich denke immer, Kitten ist das nicht dieses klebrige Zeug, was man so an die Fenster macht? Kitten? Was willst du denn da kitten? Die Ehe ist nicht mehr zu kitten. Oder was weiß ich. Also die Jugendsprache jetzt speziell, das ist teilweise so abgedreht, wenn da irgendjemand gebencht wird oder wird das Cringe oder ich weiß nicht, ich komme da kaum gegen an. Wir waren damals auch nicht anders. Und damals haben uns die Eltern immer gesagt, was wir für eine komische Sprache reden würden. Drauf geschissen, so ist es halt. Aber der Kram, das ist ja hier nicht irgendwie von Jugendlichen, ist ja keine Jugendsprache, die sich entwickelt, sondern irgendwelche weisen Menschen haben beschlossen, dass das jetzt so sein muss. Ich nicht. Bei mir wird es auch nicht passieren. Auf diesem Kanal, der ist genderfrei. Hier sind das Männer und Frauen. Punkt. So, gut, das reicht. Danke fürs Reingucken. Sagt euch der Mann, der heute einen weiten Weg hat, um diese Kamera auszumachen. Oder die Waldfee? Hoffentlich finde ich den Weg zurück überhaupt noch. Ja, tschüss. Bevor ihr seht, wie ich aufstehe mit knachernden Geräten.